Guck mal, es sind schon zwei Möwen. Willkommen zurück zu Raft. Zu Floß. Ich hoffe jetzt hier nicht herbern, weil ich will ein paar Steine angeln. Der blöde Sack. Ich meine, es kann doch keine KI sein, die einen hier irgendwie überall findet. Das wäre schon ein bisschen zu kotzen. Wo du bist Hermann? Oh, guck mal, Schrott. Reste einer alten Zivilisation oder gescheiterter Survivalisten kann keiner so gut sein wie ich. Ich ertrinke gleich. Keine Sorge, ich sehe das schon. Das wäre aber natürlich das Lustige am Ganzen. Okay. Kein Hermann. So, okay. Da war er. Zu spät. Ich hoffe, das Floß reißt sich nicht los. Ich glaube da war ein Kokosnuss drauf, ne? Palmsamen. Wow, das nenne ich mal geschick. Schnelles Fällen. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir machen. Ich nehme einfach mal Zeug mit. Gelber Samen. Wow. Platz habe ich aber nicht mehr. Guck mal, komm, fertige Planken raus. Geil, oder? Fertiges Treibgut. Wir gehen mal kurz wieder aufs Boot. Weil wir müssen auch wieder was essen. Zeug nicht, ich muss in Zeitlupe aufs Boot schwimmen. Alter. Das gibt es doch nicht. Der blöde Hai. Äh. Hai Popeye. Nein, das nicht. Das kommt jetzt mal da, hin. Passt da nicht hin. Alter, ich habe den ganzen scheiß Aal gegessen. Okay. So viel dazu. Wie das Toilettenwasser bei Fallout, ne? Nein, nicht das Wasser trinken. Ich wollte doch nur das Magazin haben. Okay. Ähm. Nochmal springen. Äh. Nochmal angeln. Oh, es hat was gebissen. Sehr gut. Der Archie war böse. Mag den Hai auch nicht. Wunderschön. Direkt nochmal Wasser machen. Planken platzieren. Und jetzt müssen wir mal irgendwie Grünzeug hier reintun, weil das brauchen wir noch gar nicht. Ah, so geht's. Shift Rechtsklick. Lang lebe das einfach verschieben von Sachen. Okay. Ähm. Wir gehen nochmal an Land. Wir brauchen nämlich jetzt ein wenig Krempel. Ist das nachgewachsen? Wir besteigen den Berg. Gibt's doch so Kletterhaken? Ich meine, ich musste ja auch irgendwie da hochkommen. Aha. Blaue Samen, blaue Blumen. Okay. Vielleicht irgendwas. Oh, guck mal. Hier ist Schrott. Melonen. Blumen. Ja. Ah. Lol. Bolzen, Metall, Erz. Oh, das ist aber krass. Okay. Wir müssen nochmal wiederkommen. Ich glaube, wir bauen uns noch eine Kiste. Ich glaube, ich bleibe für immer hier. Dann gibt mir Hermann nicht um den Sack. Ich bin der Beste. So, äh. Nein. Oh, Mann. Das ist doch bescheuert gelöst. Ich glaube, wir haben genug Platz jetzt, oder? Nee. Was kommt auch mal da rein? Das auch. Ja, fast, du lahme Ente. Aber auch nur fast. Ich will nicht wissen, wie viele Bissspuren so Fleischstücke mir im Rücken fehlen. Ananas. Ananas. Alter, was gibt's denn hier noch? Pass auf. Jetzt sammle ich wieder ganz viel Scheiße ein, bevor ich das hier alles mitnehmen kann. Ah. Sehr gut. Metall, Erz. Ich glaube, wir können gehen, oder? Warte, wir gucken mal, ob wir hier noch was vom Dingens mitnehmen können. Vom Dingensbaum. Stimmt, man kann ja irgendwie Palmen einpflanzen. Da war ja irgendwie was. Guck mal, von hier oben können wir viel mehr sehen. Die ist hier auch irgendwo ein Wrack vielleicht? Mann, ey. Ich muss das Fenster auflassen, weil es so warm ist. Wir haben die Geräuschkulisse Köln beim Fluthafen. Wunderschön. Deswegen wohnen die meisten YouTuber nördlich davon, nicht südlich. So. Okay. Äh. Äh. Okay. Hab ich ja schon mal gesagt, ja, ne? Jetzt können wir mal gerade in Ruhe was aufsammeln. Sehr gut, Herrmann. Schwimm du deine Patrouille. Du Blödmann. Ich glaube, ich brauche ein anderes Werkzeug, um das zu reparieren. Aber nicht die Axt, oder? Nee. Ich könnte mal so einen Köder machen. Dann wählen wir ihn mal los. Oh, ich glaube, ich muss hier weg vom Wasser. Ja, ja. Das ist toll gemacht. Toll. Okay, ich würde sagen, wir fahren weiter. Ach du Scheiße. Wir fahren weiter. Leinen los. Das Nebelhorn. Der ist ja irgendwie dunkler, oder? Okay, ist mir leid. Oder so ähnlich. Nein, ich hab nicht gepupst. Okay, so. Was wollte ich machen? Wir wollten mal den Forschungstisch bauen. Endlich. Ja, bei Survival-Spielen und so, dann lass mich... Ich farm lieber immer. Oh, was ist denn jetzt los? Du bist ein mutiger Pionier. Erste Seite. Ach, das ist die Schwester. Ach. Ich bin doch froh, dass die los bin. Ach so. Nein, ich hab auch eine Schwester. Ich bin natürlich lieb. Aber... Das zeigen wir nie. Immer nur Mittelfinger und so. So vermitteln wir Liebe. Ich hoffe, die sieht das nicht. Das ist peinlich. Oh. Nein. Komm her, du wunderschönes Fass. Alter. Sehr gut. Ich will halt nicht warten. Ähm. Und jetzt? Erforscht. Kann. War's das jetzt? Ach, scheiß drauf. Jetzt hab ich... Nein, jetzt hab ich das Fass verloren. Ich muss jetzt erstmal... Ich wollte jetzt erstmal Angeln und Köder holen. Damit wir den Hai erstmal los sind. Dann brauch ich daran nicht mehr denken erstmal. Guck mal, ich kann angeln und sammeln. Toll, okay. Nicht sehr lange. Ach. Ach, das war's schon. Oh, guck mal, der Sack. Ja, wir sind gute Freunde. Ich weiß gar nicht, wie lang der dann damit beschäftigt ist. Komm schon, dass wir ich noch sammeln und dann gucken wir, was wir bauen. Weil so kann's nicht weitergehen. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt fehlt uns wieder trinken. Guck mal, was wir hier haben. Okay, so. Vogelnest. Sammeln. Ah, Sammelnetz. Jetzt brauchen wir ein Brett. Platzieren den Gegenstand zum Erforschen in den Slots. Äh. Okay. Set, das wäre merkwürdig. Das ist ja simpel. Bezahlangel. So, jetzt gucken wir mal. Das gibt's doch nicht. Also, das lohnt sich ja mal gar nicht. Eimer. Anbaufläche. Fläche. Insektennetz. Okay. Warte mal, wo war denn jetzt hier das? Da, Sammelnetz. Es fehlt ein Nagel. Äh. Ah. Tada. Wunderschön. Meiner. Sehr gut. Jetzt haben wir Sammelnetze. Jetzt könnte ich wenigstens mal in Ruhe hier. Aber das ist bestimmt super teuer, oder? Äh. Da. Ne. Das ist aber blöd. Oh, das ist aber blöd. Das ist aber blöd. Das ist aber blöd. Einfach in die Mitte, oder? Dafür haben wir das ja da. Läuft ins Sammelnetze. Was mache ich hier? Super. Erstmal direkt. Ja, ein Nagel. Wahrscheinlich müssen wir dafür irgendwas, äh, anderes machen. Ich würde sagen, wir bauen mal nach hinten ein bisschen aus. Blöde Hermann baut ja, ist ja irgendwie... Ach, sehr schön. Sehr schön. Und hinten kommen wieder ein paar große Sachen. Ich könnte auch ein bisschen rumschwimmen. Ich brauche irgendwie Taucherflossen. Ich glaube, sonst lohnt sich das nicht. Warte, jetzt ist unser Haken wieder kaputt. Ach, das gibt's doch nicht. Äh, Kartoffeln habe ich hier, glaube ich, auch reingetan. Baublemer Empfänger. Kann ich einfach so... Ja, anscheinend haben wir es dann direkt erforscht, richtig? Oder es heißt... Antenne. Empfänger. Jo, wahrscheinlich. Tja, jetzt muss ich mal weiter sammeln hier. La Paloma. Oh je. Ich werfe immer daneben. Der Haken ist gleich kaputt. Und er ist kaputt. Äh, ne. Das dauert noch. Boom. Oh, scheiße. Ich habe echt... Ich habe von Hain, kriege ich immer regelmäßig Albträume. Ich träume immer und das ist übel. Ich meine, der hat jeder Angst, glaube ich. Ich träume immer, ich falle in ein großes, weißt du, so nachts in ein großes dunkles Hafenbecken. Das ist super tief. Und da sind irgendwie so ein paar hundert Haie drin. Und dann muss ich schnell zur nächsten Leiter schwimmen. Das ist kein Witz. Das träume ich irgendwie einmal im Jahr oder so. Das ist fürchterlich. Ich glaube, es ist, es ist, es ist so... Ah, es ist überhaupt nicht lustig. Ah, es ist überhaupt nicht lustig. Willkommen bei Therapiestunde. Bei, äh, Einflugschneise. So. Ich habe jetzt der Simi Bescheid gesagt, ich soll mein Fenster zumachen. Damit wir hier, äh, mit Fluglärm... Da gibt es ja ganze Kanäle, die einfach Fluglärm, äh... Och, scheiße, das habe ich gelabert. Jetzt sind wir wieder am Dursten. Äh. Achso, warte mal. Äh, uns fehlt noch ein Stein. Okay, warte mal. Jetzt muss ich hier eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ganz ruhig. Nicht in Panik geraten. Das ist jetzt echt blöd, aber... Ich brauche unbedingt einen Stein. Haha, dann nimm, du lahme Ente. Hermann, du wirst alt in deinen Tagen. Nichts kann der, nichts. Nimm das, Hermann. Also ich gucke mal, aber vielleicht kann ich den doch mitnehmen. Sehr gut. Ach, wir bewegen uns nicht, das treibt gut. Ach so. Es ist wie... Ja, das geht sowieso kaputt. Ich brauche so ein paar Spikes an den Seiten oder so. Okay. Was haben wir denn noch? Also wir brauchen unbedingt Eisen für Nägel und so, aber... Ich kann... Dann habe ich noch drei. Humberflächen brauchen wir mal. Seile müssen wir noch machen. Können wir jetzt mal machen, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Und... Äh, Durst haben wir auch, aber ich habe keine Angel. Jetzt kann ich... Gott sei Dank eine herstellen, ich dachte schon. Ich kann bestimmt auch die Kartoffeln essen, aber... Kartoffeln sind ja die Samen. Gib mir den Fisch. Äh, so, jetzt den hier. Hm, sehr nahrhaft. Guck mal, der Arme... Oh Gott, ich werde gegrillt. Ach, komm schon. Dann kannst du gar nicht brauchen. Aha. MAKRÄLE! Kann ich bestimmt auch irgendwie anders essen. Oder bessere Portionen kochen oder so. Toll, jetzt wird es direkt wieder windig hier. Windig. Oh, vielleicht löst sich der Anker nicht, wenn wir gleich auf der Insel sind. Das geht bestimmt auch. Okay, dann... Auf auf die Insel. Auf auf die Insel. Wir müssen auf jeden Fall drumherum mal ein bisschen Schrott sammeln. Ich glaube, wir machen uns gleich mal einen Köder. Scheide, dass man die nicht benennen kann. So ein bisschen wie bei No Man's Sky, ja? Nur, dass das hier so Insel sind, wo dann zufällig einer wiederkommen kann. Dann ist irgendwie... Schiffbruch Bay oder so ein Scheiß. Love My Land. Und dann so eine Fahne. Ja, mit dem Kanal-Logo drauf. Ach ja. Das wäre alles möglich. Das ist gar nicht so phänomenal unrealistisch. Theoretisch. Wir müssen ja so Fahnen bauen können wie bei Mountain Blade Bannerlord aus so einem Template. Okay. Und bringen wir es erstmal zurück. Über Kartons. Es rauscht aber jetzt ganz laut hier. Ich bin voll und sammle immer noch Sachen ein. Komm, musst du denn immer so schnell auf mich zuschwimmen wollen? Oh Mann, das war ein großer Bissen. Okay. Ich hätte gerne einen Sortier-Knopf. Ist das zu viel verlangt? Ne, ne? Wir machen jetzt nochmal ein paar Köder. Und wir essen nochmal gerade was. Makrele. Oh. Falsche Fische. Nein. Boah, ja. Dich könnte ich essen. Machst dir einen Köder. Dann kommt bestimmt noch ein größerer Hai. Sei froh, dass ich kein Dynamit habe. Das habe ich kaum gesehen, du Lappen. Das habe ich kaum gesehen, du Lappen. Wahrscheinlich. Komm, jetzt müssen wir nochmal was trinken. Ein Buntbarsch, der ist glücklich. Ein Buntbarsch, der ist schön. Leider kann ich nicht das Craftmenü aufmachen, während wir angeln. Das wäre cool. Das ist ein Kraftmenü. Ne, doch. Reicht. Für eins. Was? Ja. Und noch eine Kiste. Geht nicht anders. Oh, es hat der hier rausgebissen. Ach, das war der gar nicht. So. Fischi Fischi Fischi. Jetzt gehen wir mit dem Sturm schwimmen. Super Idee. Guck mal da. Was ist das denn da? Ist das der Eimer? Das ist der Eimer. Toll, ich bin umsonst da runter geschwommen. Das Sand. Sandschar. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Früher auch immer. Steine. Nimm auch mal ein paar mit. Aber ich bräuchte jetzt eigentlich... Ah ne, was sind das? Muscheln? Eisen? Metallerz. Entschuldigung. Muschelmetallerz. Was eigentlich, wenn der Hai mich... Kann der mich klauen? Weil es gibt ja wiederbeleben. Vielleicht hat der ja so ein... Shark Cave. Was ist das? Ton. Ich wusste gar nicht, dass man das alles so unter Wasser finden kann. Ich würde lieber Muscheln sammeln und essen. Boah, lecker. Okay. Guck mal, hier ist doch Paradies. Guck mal. 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 Gleich kommt er wieder. Der Sack. Oder er sieht mich hier nicht. Ach, so ein bisschen können wir uns ja schmecken lassen. Ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen zurückgeben. Ich darf nur nicht hier umgucken. Ich glaube, ich erschrecke mich eher, wenn ich den gleich kommen sehe. Als wenn der mich beißt. Was rauscht denn da so? Oh, das ist eine Muschel. Riesenmuschel. Oh, ich kann die einfach aufsammeln. Oh, ich kann die einfach aufsammeln. Gut, jetzt haben wir erstmal ein paar Steine. Ich weiß ja nicht, ob wir das... Ich kann das glaube ich noch gar nicht verhütten oder so. Verhüten! Das ist noch ein bisschen Schrott. Ich mag Schrott. Ich glaube, jetzt müssen wir mal zurück. Da ist Sand überall. Das ist auch cool. Ich höre ihn. Aua. Okay, wir hauen ab. Wilson! Ich komme! Das Boot heißt Wilson. Ist mir egal, wie oft dieser Begriff schon benutzt wurde. Es muss sein. Du Blödmann. Es geht einfach nicht ohne Wilson. Es ist einfach nicht das gleiche in so einem Spiel. Es ist Kult. Tom Hanks. Nein! Nicht das! Nicht das! Oh! Der Blödmann. Der Blödmann. Das gibt es doch nicht, ey. Das war echt knapp. Ich glaube, jetzt muss ich mal rausfinden, wie ich repariere. So geht das nicht weiter. Der war sauer, oder? Ich glaube, er wollte da reinbeißen. Anders ging es ihnen nicht. Ging es einfach nicht. Okay. Ich muss jetzt hier aufhören, liebe Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Raft. Und bis dahin wie immer. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.